In der letzten übersetzten Ausgabe der King James Version steht in Matthäus 21,7 Ich lese vor, Matthäus 21,7 Sie brachten die Eselin und das Fühlen, die Eselin und das Fühlen und legten ihre Kleider auf sie, auf sie, also mehr als eins, auf sie, auf sie und setzten ihn, Jesus, auf sie Wie kann ein Mann zwei Esel reiten? Jesus Christus startet eine Vorstellung, wie es ein Akrobat im Zirkus macht, indem er auf zwei Pferden reitet und auf ihren Rücken die Runden dreht So etwas machen sie im Zirkus Dieser großartige Gesandte Gottes soll so einen Zirkustrick, wo er auf zwei Eselin gleichzeitig reitet, vorgeführt haben Können sie auf zwei Eselin gleichzeitig reiten, außer im Zirkus, da geht sowas